Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Es geht um Nakamoto Gaming bzw. Games. Ist ein Low-Cap, würde ich jetzt mal so noch ein bisschen dazu einordnen. Ich bin noch nicht im Gaming-Sektor drinnen gewesen, deswegen habe ich mir genau diesen Coin hier mal ein bisschen genauer rausgesucht. Ich bin auch erst seit zwei Wochen investiert. Bin jetzt glaube ich so bei 10% im Plus, das heißt das Video ist noch relativ zeitnah nach meinem Invest. Und wir schauen uns heute mal an, welche Chancen sich möglicherweise ergeben könnten, wo meine nächsten Nachkaufzonen sind, weil ich erst zu 25% investiert bin. Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, Like da lassen, Abo da lassen und sehr gerne auch die Telegram-Gruppen abchecken. Wenn ihr Bock darauf habt, kommt da gerne rein. Den Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auch Nakamoto Games dann kaufen wollt, könnt ihr das alles bei BingX machen. Auch dazu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Unterstützt natürlich auch damit mich. Und momentan gibt es wieder so eine geile Championship, wo ihr einen Haufen Boni abgreifen könnt beziehungsweise auch gewinnen könnt. Link dazu alles in der Videobeschreibung. So, dann schauen wir uns mal Nakamoto Games an. Momentan bei 1,24 Dollar eine Market Cap von 125 Millionen Dollar. Finde ich absolut okay. Also wir sprechen hier noch meiner Meinung nach ein bisschen von Low Cap, kann man schon dazu sagen. Und wie gesagt, ich war noch nicht im Gaming-Sektor drin. Wurde jetzt langsam aber sicher überall gelistet, so bei den gängigsten Börsen, BingX, Maxi etc. pp. und hat auch schon einen ordentlichen Run hinter sich. Also wenn wir uns mal die Bärenmarkt-Tiefsee angucken von November 2022, sehen wir hier schon eine ordentliche Kurssteigerung. Also mal ganz kurz hochziehen, da sehen wir, okay, es sind 2500 Prozent, die hier schon nach oben hingegangen sind, nach jetzigem Stand. Trotzdem, wie gesagt, bin ich jetzt vor kurzem eingestiegen, weil ich eben noch keinen Gaming-Sektor in meinem Portfolio drin hatte. Und ja, hier ziemlich viel auch Fluktuation auf eben Nakamoto Games drauf ist. Und charttechnisch, muss ich auch sagen, lohnen sich hier möglicherweise die Einstiege relativ gut. Also wie gesagt, ich bin jetzt mit 25 Prozent, was ich investieren möchte, hier schon drin. Meine nächste Nachkaufzone liegt hier bei 91 bis 83 US-Dollar Cent. Und dann das Tiefere wäre dann bei 43 US-Dollar Cent. Also ich sehe hier auch noch ordentliches Downside-Potenzial, vor allem bei so einer geringen Market Cap und halt eben dieser Gaming-Sektor. Trotzdem, Chancen sind da und per DCA lassen sich hier auch gute Chancen machen. Vor allem habe ich jetzt auch hier mal das FIP gezogen von unserem Zwischenhoch Anfang März bis jetzt zu unserem Tief, was wir hier bei 62 US-Dollar Cent hatten. Werden wir schon bei knapp 100 Prozent, sollten wir hier nur alleine dieses kleine Golden Pocket hier erreichen und könnten hier risikofrei dann im Endeffekt in den Bullrun reingehen. Sollten wir da nochmal eine Korrektur sehen, könnten wir immer nochmal nachkaufen und dann eben weiter nach oben hin pumpen. Aber ich finde den Gaming-Sektor, ich bin ja eh ein Fan davon, alles mögliche immer mal ein bisschen abzudecken mit 1, 2 Coins, die man haben sollte. Ob es jetzt Web3 ist, ob es jetzt RWA-Coins sind und so. Da wisst ihr, ich versuche immer einen großen Coin, der schon eine ordentliche Market Cap hat und versuche einen kleineren Coin hier rauszusuchen. Und da passt das meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Gut, wenn wir uns jetzt mal die Hochs hier angucken, die wir hier 2000, 20, 21 hatten. Danach würde ich jetzt mal nicht gehen, wir machen mal ganz kurz das kurzfristige FIP weg und nehmen einfach mal hier dieses Zwischenhoch, weil das für mich ein bisschen akkurater ist vom November 21, ziehen es runter. Und da sehen wir, okay, das Golden Pocket würde hier bei 360, 370 landen. Das heißt, es wären hier knapp 200 Prozent, die man machen könnte, wenn man jetzt hier reinsteigt. Aber, wie gesagt, wir sprechen hier von einem Coin mit 100 Millionen Market Cap. Sollten wir das Golden Pocket hier durchbrechen, sehe ich hier deutlich, deutlich mehr Potenzial, zumindest mal hier die 5 oder 6 Dollar Marke hier irgendwann wieder zu erreichen. Das jetzt erstmal so viel dazu. Kurzfristig, wie gesagt, habe ich schon in anderen Altcoin-Videos gesagt, rate ich dringend davon ab, hier irgendwelche Trades in solchen Low Caps bzw. in solchen kleineren Altcoins zu machen momentan. Wir haben keine Altcoins, die Bitcoin-Dominance ist zu hoch und es besteht immer noch Risikopotenzial. Dass wir eben noch einen Bitcoin-Crash sehen. Deswegen ganz, ganz vorsichtig hier handeln. Ich wollte euch den Coin hier nur mal ganz kurz vorstellen. Wichtig kurzfristig ist jetzt erst einmal, dass wir hier diese Marke bei ca. 1,40 bis 1,50 Dollar nach oben hindurchbrechen. Sollten wir das schaffen, sehe ich hier deutliches Potenzial nochmal nach oben, zumindest mal in die Richtung 3-Dollar Marke. Wir sehen, Abwärtstrend wurde jetzt erstmal hier durchbrochen. Wir haben ein Höheres Hoch hier bekommen. Auf Daily-Sicht, das gefällt mir gut, plus Höheres Tief. Also Strukturwandel befindet sich hier eigentlich schon im vollen Gange. Jetzt seid ihr an der Reihe, seid ihr da schon investiert? Wenn ja, warum? Wenn nein? Warum noch nicht zum Beispiel? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Und ja, bis dahin würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.